Ja, da fährt er rum mit dem Ding. Kann man auch schöne Tänzchen mit aufführen. Geht doch echt schnell. Ich brauche auch sein Teil. Aber die lassen mich nicht fahren, weil die sagen, ich lege mich auf die Fresse. Na gut, das kann natürlich sein. So Leute, komm, geht mal weg. Lasst den Jungen mal fahren. Das ist wie so ein Tanz. Und das ist 6.5. 6.5? Ja. Das ist 8. Das ist 8. Und das ist besser. Ja, da steht er da, Hände in den Hosentaschen und fährt mit dem Powerboard. Das ist doch gut. Das ist verfasen. hm hm hm. 4.0 Vielen Dank.